Und nun, Silke Neumann aus Halle, 15 Jahre, die beste Förnerin der DDR, Gymnastin. Dieses Rollen ist auch im Cote-Fontage gefordert. Es muss nicht auf der Kreisbahn sein, aber ein 6 Meter langes Rollen muss in jeder Kürrübung vorkommen. Es geht natürlich auf der Kreisbahn besser als auf der Diagonale, weil es da der Reifen nicht ganz genau berechnet in dieser außerhalb der Fläche. Das war die Schwierigkeit mit einem Wurf und einem Sprung unter dem Wurf. Gleichgebietselement. Doppelte Attitüde und noch eine doppelte Passé dran. Silke Neumann, die möglicherweise hier entspricht.